Hier ist Naruto-1986. Herzlich Willkommen zu Harry Potter und den Stein der Weißen zu Part 7 und machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe es nicht jetzt geschafft, wenn ich nicht auf einmal so schnell gemacht hätte vor Hektik. Alter. Alter, nimm doch mal einen Knopf an, Alter. Vorher hat der Knopf auch einen Knopf an. Ich hasse das, wenn er manchmal den Knopf nicht annimmt, ey. Ich hasse das einfach. Das ist nur ein scheiß bittiger Knopf, Alter. Klar, beim letzten nimmt er nicht an, Alter. Was soll der Fuck, Alter? Na, endlich. Jetzt. Jetzt steig hoch, mein Kollege. Ich wollte schon gerade sagen, ey, warum nimmt er beim letzten jetzt nicht an? So, warte. Ah, nee, darüber kann ich noch nicht. Ich muss hier durch. Okay. Ja, wir haben jetzt Part 6. Das ist Pisspot, Potter. Ich habe dein Geschenk, Potter. Willst du es etwa zurück? Ja. Wir machen ein Rennen auf dem Speicher. Wenn du dich besiegst, gebe ich es dir vielleicht zurück. Oder vielleicht doch nicht. Du verlierst so, du Penner. Das ist also kein Schlosser, also auf. Das ist jetzt mein letzter Part für heute, dann mache ich morgen weiter. Und dann, ja. Vielleicht mache ich noch ein paar danach, ich weiß es nicht. So, Gott, jetzt sind wir, okay. Ich mache kurz das danach, mache ich das Rennen. Hallo, Harry. Ja, Mann. Vollidiot. Ey, Alter. Junge, jetzt ffuck mich doch gerade nicht ab. Hier, ey. Nur in den verkackten Boden jetzt. Komm her, Alter. Drecks Katze, Fio. Wo bist du schon wieder? Endlich. Gut gemacht, Harry. Wenn du sagst, credit-spieler, dann töd ich dich. Und die werden dann heute auch noch hochgeladen, und dann haben wir es eigentlich auch. So. Ah, wie vor's. Weg. Nein. Ja, jetzt nimmt er die Knöpfe wieder an. Alter, was ist denn los, Alter, da da rund? Aber ich finde es gut, dass er die wieder angenommen hat, die verdammten Knöpfe. Und jetzt hier hochkommt. Hoch mit dir, Harry. Mein Freund. So. So. Jetzt schon auf den Speicher mit uns. Wir fangen hier an. Wenn du vor... Ja, 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 ja. Du mich auch, Alter. So. Scheiße, jetzt hab ich die Bohnen verpasst. Leckt mich doch, Alter. Ja, nur weil der daneben geschlittert ist, dieser Zigeuner. Ja, das meine ich, Alter. Ey, Harry, fick dich doch, du Bastard. Wah. Ey, verarsch du mich gerade langsam. Du bist so ein Wichser. Rutsch doch einfach in diese scheiß Bohnen rein, Alter. Boah, du bist so ein Drecksack, Alter. Wirklich. Ein mieser, verdammter Drecksack bist du. Junge, kannst du mal aufhören, da runter zu springen dauernd? Ich hab... Ich schaff das locker. Das ist einfach. Aber wenn der... Mich nicht dauernd hier ist so... Ey. Ich schaff's dir gleich derber aus, Alter. Wirklich. Junge. Bist du so behindert, Junge? Ey, ich weiß nicht, warum der mich so abfuckt gerade. Sorry, gerade wegen dem Filz, Leute. Das tut mir leid. Aber... Ey, das ist ein Arschloch, wirklich. Der Harry ist so ein Arschloch. Sorry, da fällt mir echt nix an, was dazu ein, ey. Weil es so ein Penalist ist, Alter. Sorry, ernsthaft. Zu diesem Wichser fällt mir echt... Zu Harry fällt mir echt nix ein. Zu diesem Bastard, Alter. Ich hab das geschafft. Locker geschafft. Aber wenn der jedes Mal so kacke ist im Kopf, Alter. Das tut mir echt leid. Wirklich, Leute. Wirklich. Das tut mir so leid. Wir fangen hier. Wenn... Lauf doch einfach gerade hier entlang, meine Fresse. Nimm die Kackbohne auch mit, Alter. Ja! Willst du mich verarschen? Junge, du verarschst mich doch gerade. Ernsthaft? Bist du so binar, tust du nur so. Ja, halt dich doch fest, Alter. Und geh. Scheiß auf die zwei Bohnen, Alter. Wirklich, ey. Ich versuche, den Penal zu schlagen, Alter. Geh hoch, Alter. Junge, was stimmt nicht mit dir? Ernsthaft? Was stimmt nicht mit dir? Ernsthaft? Oder wirklich? Was stimmt nicht mit dir, Junge? Ohne wird's ernsthaft, Harry? Was stimmt nicht mit dir? Alter. Wie behindert bist du, Junge? Oh, ey. Harry. Ernsthaft jetzt. Sorry, Leute. Ihr seht jetzt selber, wie kacke das gerade läuft. Weil das so ein Stück Scheiße ist, der Harry. Boah. Aber der ist jetzt gerade selber, wie... Was für ein Stück Scheiße Harry ist. Weil er anscheinend... Zu allem zu biemen hat es hier. Let's lauf. Da ist er. Hermit. Das ist nicht fair. Peeves war noch nicht bereit. Das erzählt mich ja. Peeves will dein dummes Geschenk gar nicht. Da hast du es. Hermit. Perleidiot. Dein Vater hat mir diesen Tarn... Wenn du den Tarnumhang verwenden möchtest, musst du Tarnzeichen aufsammeln. Sie wirken nur kurze Zeit. Sei also vorsichtig. Egal. Endlich geschafft, ey. Okay. So. Schnell hier speichern. Vielleicht mach ich noch einen Part und dann ist wirklich Schluss. Für heute. Vielleicht guck ich, dass ich noch ein, zwei mache. Ich beende jetzt hier den Part und dann in den nächsten Part wieder als du bist. Ich beende dich. cough. Und dann Foi jetzt compete.